Hallo meine kleinen Wölfchens, willkommen zur gestörten Abteilung. Nein, Quatsch. Willkommen zu Dead by Daylight. Ja, ich spiele jetzt hier als Jake, wie hat es gedacht? Kein Ruin. Ich habe die Aufgabe im Archiv, dass ich sechs kleine Kästen aufbrauchen muss. Drei habe ich schon. Ich habe jetzt einfach ein grünes mitgenommen. Ich hatte kein braunes mehr. Aber das reicht ja auch für eine Heilung. Wir müssen da mal gucken. Im Park dabei habe ich Bestärkung, Vertraulich, Hard im Leben und Geben in der Zeit. Ja. Schauen wir mal, wie die Runde wird und welchen Killer wir haben. Ich habe immer Angst, wenn es schon so lange dauert, dass irgendein Stealthkiller war, ich kann sagen. Es scheint eine Legion zu sein. Erbs, definitiv eine Legion mit Flutgunst. Flutgunst ist ein Fluchttod. Da können wir dann gleich mal gucken, wenn wir den Cent durch haben. Damit werden alle Paletten in der Nähe, ich glaube im Terrorathus... Da bin ich mir gerade nicht so sicher, ich glaube im Terrorathus ist geladen. Er ist versperrt durch den Indy-Tot, also du kannst dann keine Paletten mehr werfen. Ich hoffe, dass ich den Cent hier durchkriege. Und dann schaue ich gleich mal hier in der Nähe auf das Toten für Urban Boys. So. Nice, sehr gut. Ach, hier ist was. Dann mache ich das doch direkt weg. Kann natürlich auch sein, dass der Killer mit Unsterblich spielt. Ich hoffe, ich schaffe das, bevor er da ist. Noch habe ich keinen Herzschlag. Oh. Das war jetzt Blutgunst. Und ich habe bei den verteufelten Boden getriggert jetzt. Aber ich gehe mal kurz hin. Ich werde gucken, dass ich vielleicht Bestärkung bei ihr benutzen kann. Oder auch nicht, ich habe ja keine Zeit damit. Okay, der hat mit seiner Fähigkeit geschlagen anstatt... Ja, ich halte, ich nehme an Sanikis... Äh, Gott. Oh. Okay, das war jetzt total unnötig eigentlich. Komm, 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 komm. Tut mir leid, dass ich mich so zu Kante werfen. Das war nur zu meiner eigenen Sicherheit. Okay, ich gehe jetzt mal hinter mir. Was dann? Ich renne mal, ähm, ja, keine Ahnung. Ich würde sagen ins Haus rein. Nächste Palette. Immer noch bei mir. Oh, hier ist noch ein Flugtotum. Okay. Oh, Legion. Ich habe so langsam auch keine Lust mehr, ne? Ich weiß nicht, woher noch Paletten sind. Das habe ich mir hier schon richtig hingelegt, auf die Matratte. Ja, ich habe auch eine Art. Ein Stück weit über mir klingt sehr weit. Nein. Sehr gut, sehr gut. Ja, ist perfekt. Also da zwischen den Felsen war noch ein Flugtotum. Es war kein No-Hat. Deswegen glaube ich, dass das... ...verteutelter Boden ist. Ach, vielleicht hält er ja trotzdem was, Norbert, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Dankeschön. Ich renne erst mal, lieber. Ich weiß nicht, wo Tore waren. Komm mit, ich halte dich. Eigentlich wollte ich dich heilen, es tut mir leid. Darf ich dich dann heilen, dann kann ich meinen Mildkippen nutzen. Okay, Meg? Darf ich? Mir fällt es jetzt auf, dass beide Megs den gleichen Namen haben. So, jetzt aber. Das war eine Kate, glaube ich, die liegt jetzt. So. Es hat die Frage, ist ein Tor jetzt schon vorbereitet? Ist das andere da hinten? Ich weiß aber nicht, wo das zweite war, wollte ich gerade sagen. Okay. Okay. Kommt jetzt da hinten hin. Das Tor ist vorbereitet. Nice. Sehr gut. Das war jetzt auch gutes Teamwork. Dadurch, dass die andere verwandt dabei hatte, konnte ich sehen, ob die Legion jetzt wieder zurückkommt und dadurch einen Hit hängen. das war richtig gut. Aber dadurch, dass die Runde jetzt doch sehr kurz war, würde ich sagen, ich hänge noch eine weitere Runde mit dran. Hänge ich noch eine weitere Runde mit dran. So, jetzt habe ich. Also, bis gleich. So, hallo zur zweiten Runde auf der Polizeistation von Raccoon City. Hier bin ich da näher. Hallo. Das sind ja alle hier. Okay. Das ist eigentlich nicht so gut. Ne, das ist nicht gut geworden. Das sind. Also, ich... Weil ich nicht weiß, ob der Killer... Ah! Ob der Killer tötet, ich habe voll geantwortet, wollte ich gerade sagen. Schöne, dass der da uns dockt. Ich glaube, das dockt die, die afkar ist, oder? Leute, hallo. Merkt ihr das nicht? Da ist der Killer! Scheiße! Tut mir leid, ich finde das gerade echt witzig. Oh Gott. Da habt ihr euch aber echt schön voll saugen lassen, ey. Wahnsinn. Oh Gott. Oh Gott. Nein, 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 nein! Scheiße! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Nein, keine Befallversuche machen! Oh, nee! Oh Gott. Ich glaube, das wird auch eine kurze Runde. Oh Mann, ja, die anderen machen auch gar nichts, ne? Ja, doch, einer schleicht los. Okay, Phase 3 ist vorbei. Ach, ne, ja, warum hast du dich denn jetzt killen lassen? Das verringert unsere Chance ja noch mehr. Wow, wie schnell ist denn der? Wow, krass. Okay. Dankeschön. Ich geh jetzt aber weg von hier. Ich will den Film antippen. Ich will nur meinen Medikit benutzen. Und dann werde ich mir das von der Nähe hier snicken. Was wir hier schön hart liegen lassen. Okay, ich hab meinen Medikit gar nicht ganz aufgebraucht. Okay, ich werde es mir aber merken, dass da noch ein Medikit liegt. Und vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Da wurde gewohnt, oder? Doch. Okay. Oh Mann. Ich kann nicht so sehen, dass das Barbecue hat. Phase 3 ist zumindest rum. Warte mal, ich mach das mal so. Das muss ich zumindest. Ob der von unten kommt oder von da drüben. Oh, wie weit ist das denn schon? Oh, nee. Oh, meine Stimme ist gerade so ein bisschen. Dafür, dass die erste Runde so gut und schnell vorbeigeht, geht die jetzt auch schnell vorbei, aber nicht gut. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Ich warte kurz hier. Ich habe nie eine Zeit, wollte ich gerade sagen. Ich habe Bestärkung eingesetzt, dass sie im Notfall nicht so lange da kämpfen muss. Also wenn muss Michael ja immer noch von der Seite wahrscheinlich kommen. Da unten ist er. Oh Gott, oh Gott. Okay, nein. Nein, du kriegst mich nicht. Du wirst mich niemals kriegen. Ja, doch, er kriegt die. Schade. Schade. Macht er das Totem aus? Oh Mann, oh. Ah, wenn ich ihn fahre mal in Ehrenzentrum muss. Die andere ist da oben. Die andere rennt. Ich glaube, dass Michael bei ihr ist. So, jetzt habe ich meinen Medikid aufgebraucht. Jetzt klaue ich mir das von der Nähe, wenn es da noch liegt. Ah, nee, es hat die sich gesmeckt. Ich mache meinen Medikid. Jetzt haben wir keinen, das ist calling. Was eine Runde, ey. Aber die, die jetzt gejagd hat, die hing noch gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die rumrennen. Oh, da oben. Aber eigentlich müsste die Phase bald gerade vorbei sein, oder? So, hoffe ich zumindest. Ich habe keine Ahnung, dass ich sie mir habe. Die ist Phase 3 vorbei. Ich würde gerne den Kenneth noch, dass ich sie durchziehe bekommen. Ich meine, da hat es mehrere Möglichkeiten. Zu mir zu kommen, wollte ich gerade sagen. Okay, das funktioniert. Scheiße. Ich würde mich mal essen. Ich denke jetzt war das, ich glaube, dass der Mann hingetreten hat. Ja, da kommt er. Da war er. Ich glaube, der hat Beobachtung und zuschlagen. Ziemlich sicher. Oh, er hat mich nicht gesehen, oder? Oh, scheiße. Oh, Mann. Das würde er mich aber kriegen. Oh Gott! Oh, verdammte Kacke. Ja, das war nix. Das war nix. Ja, das hat vielleicht auch Wickeln, aber gut. Schade, schade. Ich glaube, die Lupe ist bei mir aufgegangen. Ich glaube, die ist bei mir aufgegangen. Ja. Ich hab sie noch gehört. Vor mir aufgegangen. Was hat er denn dabei? Genau. Beständig. Sonst gespenst. Barbecue und ansteckende Angst. Das wusste man ja. Ja, da hat es extra so eingestellt. Schreib ich trotzdem mal GG. Ich mein, es war halt schade, dass sie aufgegeben hat. Warum auch immer. Na gut. Verzeihung für meine... etwas... Ausfälligen Worte. Ähm. Genau. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.